Ich wünschte mir wirklich, das ganze Spiel wäre so spannend Wie der Anfang, warum bewegt sich die Tür da vorne? Jetzt kommt ja dieser Typ, glaube ich, ich renne einfach mal Ich kann nicht rennen, okay Hi, wer bist du denn? Okay, ich frag mich nochmal Ist mir egal, wer du bist Ich kann rennen Haut rein, ich bin weg hier Ich bin weg Haut rein, haut rein Geht schlecht, sehr gut Ich bin weg, muss ich raus, ich bin weg Ich bin weg, ich bin weg Gott, ich bin weg Decepter, rein hier, rein hier Hey, wo ist Joseph? Oh Mann, der ist nicht mehr rausgekommen. Hätte noch gewartet, aber... Bitte, beruhige dich, Leslie. Beruhige dich, Leslie. Beruhige dich, Leslie. Beruhige dich, Leslie. Scheiße! Wir können nicht mehr zurück! Apokalypse, Maaau! Ich weiß nicht, dass mein Zettel nicht dabei ist. Ich weiß nicht, dass mein Zettel nicht dabei ist. Ich weiß nicht, dass mein Zettel nicht dabei ist. Verdammt! Sind wir komplett abgeschnitten? Die sind wohl alle tot. Alles okay da hinten? Nur ein paar Kratzer. Uns geht's gut. 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 Das wird es, wenn wir erst weit weg sind. Ein wenig weiter und alles wird gut. 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 Fallen! Fallen! Suck. Und speichern, bevor ich wieder neu anfangen muss. Ich habe jetzt echt keine Lust drauf. Es reicht doch irgendwann mal. Nächstes Kapitel. Hast du keine Lust auf LOL? Ich dachte du wolltest unbedingt. Ich habe Bock auf chillen. Und was gibt chilligeres als hier? Du brauchst nur eine Maus. Ich muss das scheiß Tablet nicht auf meinen Bein balancen. Ich kann hier nie an den Murmel rum holen. Ich dachte mal Shaking Eggs und... Wollen wir tauschen? Wollen wir tauschen? Wollen wir tauschen? Ist ja für dich genug Bäm Bäm Bäm. Moment. Ist doch wie im realen Leben. Wenn man so an den Hauptbahnhof denkt, ist das gar nicht so weit fern von der Realität. Heutzutage ist alles möglich. Traurigerweise. Wer macht das auch nicht? Wenn man schon mal so eine Kettensäge da hat? Ein bisschen rumlaufen. Warum? Boah! Ist das nicht gefährlich? Der kann doch auf einen drauffallen. Ihhh geh weg. Ja das darfst du nicht vom Forster, oder nicht? Ja, der fick dich. Mit der Kettensäge? Was auch immer, Shainsaw Massaker. Was passiert? Hi. Iii, diese Viecher schon wieder. Hallo. Geht es den anderen gut? Und die Stadt? Wovon reden sie eigentlich? Nun, sie sind gerade der Einzige hier. Nette Atmosphäre. Wie immer. Eine Klinik. Dieser Ort ist substanziell für sie. Sie sind hier stets willkommen. Wurde ich eingewiesen? Ich fürchte, das kann ich nicht beantworten. Das sieht so aus, als ob man das nehmen kann. Bitte tragen Sie sich ein. Wenn Sie sich nicht eintragen, können wir Ihre zukünftigen Erinnerungen nicht aufbewahren. Kann ich das nicht nehmen? Ach, schade. Ja, ich trage mich ein. So, nur noch wenige Momente. Dann kriegen wir endlich eine Waffe. Das finde ich gut. So. Ja, Medizin aus der Hölle. Aus der verdammten Hölle. Es ist alles in Ordnung. Entspannen Sie sich. Bitte setzen Sie sich. Es ist nur zu Ihrem Besten. Alles klar. Oh mein Gott, mein Handy ist runtergefallen. Oh, das ist ja nun. Also das generell freigesteig ist. Vielleicht... Sehen Sie schon viel besser. Lady, werde ich verrückt? Ein bisschen vielleicht. Wie kommen Sie lui da? Ähm. Ich warte auf Sie. Daran erörst mich gar nicht mehr. So, jetzt kriege ich hier doch irgendwo diese Lampe. Eine Spritze. Super. Jetzt gehe ich erstmal auf die Jagd. Ich kann hier nämlich ganz viele Sachen finden. Mal so ein bisschen rum. Oh, ist das düster. Ach, cool. Ja, ich würde mal sagen, hallo Chris. Das ist ja lustig. Vielleicht kannst du auch mal rausfinden, wie man hier das hostet. Und dann kann man vielleicht auch über die Seite von Team Game Invaders inzwischen... ...schon etwas länger vorhanden, aber irgendwie ohne, dass da was passiert. Der Kanal vom Team... Moment, ich muss mal kurz laufen und denken, ist nicht so meins. Irgendwie kann man da hosten. Und ich habe noch nicht ganz verstanden, ob wenn ich den Kanal hoste, der bei mir läuft, oder umgekehrt. Da müsste ich mich nochmal schlau machen. Ich habe hier irgendwas gefunden. Ja, Takeru, entschuldige bitte. Ist mir tatsächlich gerade entfallen. Ich habe eine Lampe gefunden. Und ich finde Menschen, die nicht ganz gesund aussehen. Ja, hey, der ist bestimmt cool drauf. Ich meine, der ist nur halb tot, aber... Der wird mir garantiert helfen können. Der frisst auch da gerade eine Leiche. Also, das ist doch nett. Die machen wir jetzt erstmal aus. Leichenfressende Menschen? Den sage ich immer, hallo. Hey, was geht? Wollen wir vielleicht zusammen die Leiche fressen? Hi! Na? Was geht hier? Der ist aber nett. Ich weiß nicht mehr, wie man schießt. Oh, scheiße. Wie schießt man nochmal? Nein. Oh. Ja. Der ist bestimmt nett. Ich bin ganz netter. Äh, ah. Ich bin ganz netter. Und ich bin ganz netter. Ich bin ganz netter. wurde ein bisschen gefressen. Gottes Willen, ey. So. Da haben wir ein bisschen Hirn-was-auch-immer-Zeug. Äh, ich sehe den Chat nicht. Ich habe das ausgestellt hier. Ah, aber du hast auch nur Häkchen geschrieben. Alles klar. Ähm, ja, also ich sehe nur zufällig, oben in der Ecke plöppt immer auf, wenn jemand dazukommt. Ich habe noch meine Funzel. Okay. Ähm. Aber ich sehe halt nur auf dem Handy, wenn jemand schreibt. Nee, auf jeden Fall nicht. Also das ist wirklich definitiv ein Spiel, was ich keine Kinder spielen lassen würde. Auch wenn ich fest der Meinung bin, dass es sowieso so einige Spiele gibt, wo Eltern das nicht unterschätzen sollten. Ach, das ist der Wesley, oder wie der heißt. Wie heißt der nochmal, der Typ? So. Ja, das tut definitiv Oh Gott. Ja, da würde ich auch weglaufen. verdammt nochmal. Zack, zack, zack. Ich habe jetzt mal eine Spritze. Ich habe ja eine gefunden. Ja, so schnell war ich leider nicht. Ich habe mein Tablet nicht dabei, deswegen konnte ich leider so gut wie nichts machen. das ist auch total kompliziert, hier bei Twitch reinzugucken mit dem Handy, ohne die App. Aber ich habe leider nur 8 GB Speicher, deswegen kann ich mir nicht noch die App draufpacken. Ja, deswegen... Normalerweise sehe ich auch immer, wer zuschaut und wenn das Leute sind, die ich schon ein, zwei Mal gesehen habe, dann grüße ich auch. Aber das fällt halt diesmal leider flach, aber wie gesagt, ich husch jetzt sowieso nur durch. Ich war ja ursprünglich bei Kapitel 14 und dann habe ich ja alles gelöscht gekriegt. Jetzt bin ich bei 1. Ne, bei 2 will ich schon. Ich lade mal eben nach. Ich glaube da finde ich entweder jetzt einen Spiegel, einen Spiegel doch, das war ein Spiegel, jetzt kommt die Olle da, oder? Zack, boom, bang, weg ist sie. Es wäre bestimmt mal interessant, das alles zu lesen. Eigentlich ein schönes Lied, was nach diesem Spiel einfach eine ganz andere Bedeutung bekommt. Ich befürchte, dass keiner von uns das Licht ausmachen wird, oder? Soll ich aufstehen? Ich kann auch irgendwo reingucken. Entweder neben mir. Da sagt die mir nämlich auch irgendwann, ich soll den Patienten in Ruhe lassen. Ich habe auch noch das hier. Achso, du willst das trinken? Ja, dann trink ruhig. Die neue Zeitung. Serienmörder schlägt zu. Und jetzt haben wir ja auch was. Leslie vermisst. Und? Ich muss mal kurz Wasser trinken. Ich wette, das kriege ich auch hin. Das schmeckt wie dieses Zitronenextrakt mit Zucker und Wasser. Und da wird auch garantiert ein bisschen Zucker drin sein. Damit es schmeckt. Wahrscheinlich ist das so ein Sirup. Abbrechen. So. Das können wir bestimmt mal ein bisschen skillen. Dieser Stuhl ist nämlich total cool. Das ist eine tolle Erfindung, sollte jeder zu Hause haben. Das ist ein Stuhl, mit dem man skillen kann. Das ist doch hübsch. Hübsch, hübsch, hübsch. Ich möchte gerne mehr Leben haben. Geht nicht. Dann möchte ich gerne mehr Waffen tragen können. Gibt aber Munitionen. Oder mehr Sprit... Ah, geht nicht. Dann möchte ich mehr Munitionen tragen können. So viel, das ist nämlich nichts Schlimmeres als... Och geil! Da liegen fünf Kugeln rum. Scheiße! Ich kann nur zwei davon tragen. Hm, zwei Minuten später. Ich habe keine Kugeln mehr. Und es geht weiter. Ich habe noch einen Film gehört, die keine Kugeln pardonen. Dan schen nó YOUTOMEN nicht. Dann wir werden bei mir Mitat und und benutzen Sie eine andere Laufe. Und jetzt Sie sich zum Apollo hin. D goarnen Sie für Anhaltschau um, mit dem? Die Kugeln componenten. Diese WhatsApp-F alongside Jeff BFF beschw Egyptian und 맛k gelت. SPOIE zwischen Anhaltschau um und layered Projekt geschw Mmmle Windpunt weg. Schnalten Sie uns unseren Reis vielmehr um, mit dem? Bis nächsten Mal im anatomy. Immer läuft am пош. Das ist wirklich glücklich.